Wegen Ihren Musik! Wegen Ihren Musik! Wegen Ihren Musik! So ausreden, haben wir das Spiel gehört. Für die Toten! Für die Sektrans. Wenn wir nicht tauschen, ist das das gleiche Modell. Wie eine Schnee. Ja gut, ich habe mir dann schon mehr gebraucht. Ja, das habe ich nie. Du hast für ein paar mehr gebraucht. Du hast für ein paar mehr gebraucht. Ja! Das ist das zweite Paar. Ja, wir hast uns gerade gebildet. Das vierte Paar. Wie? Das vierte Paar. Noch mehr? Ich könnte noch ein paar brauchen. Wenn du mal ein paar Älteren hast, kommen sie. Ja, egal. Ja, ich brauche so sein. Ihr! Das vierte, ich bin dann super strebt. Danke ihr storyline! Denn mir ist es sechsidadern. Ich geh ole nicht eigentlich ohne Antes! Das ist das letzte Paar! ... klingeln mit ihm ... Hey, ist okay? Oh, ich bin nebenan dran. Ich bin nebenan gut, mit dieser Scheissekamera. Ich gehe in der Nähe und komme wieder aus und drehe. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir so etwas faket. Ja, geht's, weil ich heute schon der andere Ort finde. Wir haben noch viele Szenen miteinander. Geht's? Geht der Scheisse? Geht's? Mach den Scheiss dazu. Geht's auf die Kamera, bitte wegnehmen. Jetzt verstehst du mir, dass es nicht scharf ist. Elvi. Wieso müssen wir hier schon raus? Wir sind von ... Warte mal. Elvi. 15, wir können noch eins fahren. Nein, er empfohlt es nicht. Wir haben nicht gesehen, wir gehen durch Porn. Was? Nein, ich bin jetzt einfach recht bekrieft. Ich weiss nicht, wenn ich die Kamera scharf überkomme. Weil ich habe da so einen digitalen Zoom-Wirsch. Die Geschichte davon erzählt. Die Jack-Jack auch nicht. Sorry, ehrlich. Ich habe mir einfach anstatt die Polizistin gesagt, Bullen zu sehen. Und dann hast du weißt? Und dann ist sie sehr süß. Hast du das zu einer Bullen-Frau gesagt? Ja, zu einer Bullen-Frau. Warte mal hoch. Gestalt hoch. Oh, wow, ey. Hey, Mutter. Ja. Schau, jetzt könnte deine Nase scharf haben. Das habe ich gerade so im Bereich. Warte mal schnell. Mach mal keinen Wank. Jetzt machen wir wirklich nicht bewegen. Kann ich doch nicht. Scharfe Nase. Ich finde mich nicht so absolut schön hier, aber ... Stop! Ja, sind wir ehrlich. Was mache ich hier? Jetzt habe ich den Echtelfeil bei dem Korn noch. Oh, du bist mühsam. Wow. Ich brauche nur die Kamera, ein bisschen in den Griff zu kommen, weil ich morgen ein Handfeld drehe. Das ist ein Humpffeld. Das Handfeld, ja. Okay, schau dir das an. Ich lasse dich nicht vom Traum davon. Das, was jetzt hier hinter mir rein gecrashed. So etwa in diesem Stil. Soll ich mich jetzt noch genau in die Nase bohren? Das haben wir wohl nicht auch schon gehabt. Ich weiss nicht. Ich habe heute mal viel Laufen. Schatz. Hey, eben. Oder ist die Geschichte fertig erzählt mit den Bullensachen? Ja? Ja, ja. Weiss ich. Die ist krass. Die Schule ist krass. Die Schule ist krass. Die Schule ist so leer. Ja. Ja. Ich weiss nicht. Die meinen auch nicht. Ich habe da irgendeine Schule für ihn. Oder so. Und was? Was? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Fernsehen. Good morning. Good morning. Wo mits du?